So Leute, willkommen zurück zu Zelda Oracle of Seasons. Wir haben die Forschergruppe hinter uns gelassen und ja, uns fehlt noch eine Essenz und ich will dieses Herzteil haben. Und wie das zu kriegen ist, sehen wir jetzt gleich. Ich hatte es ja schon mal, bevor wir die Forschergruppe betreten haben, schon mal probiert. Und ja, wir brauchen nämlich eine Schnitte Jahreszeit dazu und dann können wir hier mit unserem Greifmantel rüberfliegen. Ich glaube, wir brauchen den Herbst, wenn ich mich recht entzündere. Und den können wir hier rufen. Na, mal schauen, ob das alles so klappt. Fast gestorben. Ich glaube, es war der Herbst. Könnte aber auch der Sommer gewesen sein? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Den Sommer braucht man ja, um an diesen Ranken hochzukommen. Und die sind ja im Herbst jetzt nicht mehr da. Ich kann es mal kurz zeigen. Hier links. Keine Ranken. Das heißt, man kommt hier eigentlich gar nicht hoch. Aber, da man... Nein! Da man jetzt diesen Greifmantel hat, diesen, den Greifmantel, kommt man hier jetzt so nach oben. Und siehe da. Wir können hier hin. Und die Pelze hier ordentlich rausroppen. Und wegwerben. Und haben ein Herzteil. Uns fehlt noch eins. Äh, neun. Genau. Wo die anderen sind, weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. So, ähm... Ich nutze jetzt mal die Sturmkehne, um nach Voluten zu kommen. Oder? Ne, nach Borendorf erstmal. Da oben, wir gucken nochmal auf die Karte, gibt es eine Ecke, wo wir noch nicht waren. Und da, weil der olle Baum uns ja nicht sagen konnte, wo es jetzt hingeht, wo er ja die neue Essenz sieht, weil er sie gar nicht sieht. Ähm, hier sind auch unbekannte Sachen, die gucke ich mir gleich mal an. Ich will nämlich noch neue Herzteile haben. Oh. Vielleicht gibt uns diese olle Hexe. Lass mal schauen. Bam, 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 bam. Da ist eine Herzteile. Jawohl, komm, komm. Bitte, geh doch nicht dahin. Geh nicht dahin. Nein. Oh, sie war zu schnell da. Ah, Mann, wieso? Diese Scheißhechse, ich kill sie, ey. Ich hätte das nächste Herzteil gehabt. Ich hätte mich gar nicht mehr darum kümmern brauchen, um den ganzen Scheiß hier. Mann! Meine Geduld wird heute aber auch wirklich auf eine große Probe gestellt. So, wir haben hier wieder eine Frucht. Maschanus, was gibt es drin? Flasche! Sehr gut, brauchen wir immer. Vor allem, weil unsere gerade wieder leer war. Gut. Können wir wieder was pflanzen? Habe ich überhaupt noch welche? Nö. Kann gar nicht mehr pflanzen. Gut. Konnte ich hier oben überhaupt noch mal einpflanzen? Ey, ich weiß es nicht. Mann, ärgere ich mich gerade. Da war ein schönes Herzteil. Endlich hat diese olle Hexe in meinem ganzen Leben, glaube ich, hat diese Hexe noch nicht einmal ein Herzteil fallen lassen. Und ein Schaf macht sie es und dann komme ich gar nicht ran. Toll. Ne, hier ist auch nichts. So. Ich gucke jetzt mal. Wo ich noch nicht war. Da hinten. Und da oben links. Mal gucken, ob ich da irgendwas finden kann. Vielleicht ist es einfach auch immer unnützig. rechts hier war was. Hier ist auf jeden Fall das. Langsam ja, wie das in diese Höhle könnte man machen, ne? Da ist bestimmt auch ein Herzteil versteckt. Dafür brauchen wir aber den Herbst hier. Wie kriegen wir den Herbst hier? Wo ist hier ein Baum in der Nähe? Oh, ist ein Baum. Verdammte Scheiße, Mann. Hier ist kein Baum. Hier ist kein Baum. Bruch kein Baum. Hier ist nur dieser Quatsch. Ach Mann, ich hab schon wieder keine Lust hier auf den Baum. Ja, na klar. Mann. Da ist hier ein Baum in der Jahreszeiten. Das kann ich mir mal sagen. Da können wir einfach mal auf den Kabel gucken. Da ist eine Höhle. Da ist eine. Und das ist eine Höhle. Na gut. Dann. Das ist die Höhle, ne? Ne. Da ist auch eine Höhle. Da ist auch eine Höhle. So, wir machen mal hier den Herbst. Ich hoffe, das reicht denn bis da oben. Ich will mal gleich hin. Was mache ich denn jetzt hier? Dann gehen wir mal nach oben hier. Natürlich, die Zeit springt natürlich wieder voll um. Das heißt, wir müssen einen neuen Baum finden. So kommen wir also nicht hier hin, wir brauchen einen zweiten Baum. Da ist nur der Baum, da ist noch einer, da ist auch noch einer. Da muss ich schauen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na super, eine Insel zum Einpflanzen. Wer braucht denn so eine Scheiße? So, was ist hier noch? Damit lasse ich mich jetzt hinbiegen. Eine Folge, die völlig umsonst ist eigentlich. Guck mal hier. Wie könnte ich hier eigentlich mal hier aus? Nach links. Nach unten wüsste ich jetzt. Ich will mich da hin. Nach vorne. Gibt es auf jeden Fall jetzt. So. 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 . So. 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 So.